Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Verlorscher Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K21. In den letzten beiden Tagen gab es natürlich zwei Folgen, lasst mal reden, aber wir machen natürlich jetzt auch weiter mit der NBA-Reihe. Und zwar würde ich sagen simulieren wir ein bisschen vor und schauen dann mal, wo wir tabellarisch dann auch gleich stehen. Oder was allgemein so ein bisschen hier noch in der NBA abgeht. Wir können uns hier auch nochmal die Award-Kandidaten und Co. angucken. Aber jetzt hier erstmal gegen die Nuggets scheinen wir zu gewinnen. Sehr schön. Bucke auf jeden Fall hier, 25 und 10, macht wieder ein schönes Double-Double. Pascal Happ hat den Bock, Mitchell, sehr schön. Wichtiger Sieg auf jeden Fall. Wir sind ja nämlich, wir können uns das nämlich kurz tabellarisch angucken. Wir sind nämlich hinter den Detroit Pistons momentan das zweitbeste Team, die Pistons mit Johnny Nett und Co. Muss man wirklich sagen, momentan richtig, richtig stark. Nur die Dallas Mavericks sind noch stärker und die Dealer stehen tatsächlich auch richtig gut da. Wem haben denn die Dealers als Franchise-Player? Ich glaube Jefferson war das. Ne, irgendwie gar nicht. Warum stehen die so weit oben mit dem Team? Naja. Die Denver Nuggets haben wir auf jeden Fall gewonnen. Jetzt hier gegen die Hawks. Wir gehen auch gleich in die All-Star-Wahl. Die steht nämlich auch bald an. Und ich denke mir auf jeden Fall, dass ich diesmal das All-Star-Game zocken werde. Ich habe da eigentlich ganz Bock drauf. Ich glaube, letztes Season habe ich es auch gezockt. Gegen die Hawks gewinnen wir auch. Boah. Devin Booker mit 47 Punkten und Wahnsinnsquoten. Also sehr schön, dass der sich so ein bisschen rehabilitiert hat, muss man sagen. Auch wenn die Stats natürlich ganz schön nach unten gegangen sind. Kevin Gore ordentlich Bamba. Ich will ehrlich sein. Ich fühle mich bei dem Magic im Moment einfach nicht wohl. Mal sehen, ob sich das noch ändert. Mohamed Bamba fühlt sich nicht mehr wohl. Warum denn? In Bezug auf die Entwicklung der Dinge fühle ich mich entmutigt. Okay. Die jüngsten Erfolge des Teams machen mir sehr viel Freude. Ich denke, ich sollte eine größere Rolle in der Spieltaktik des Teams einnehmen. Verstehe. Bamba ist also unglücklich, weil er eine zu kleine Rolle hat. Okay. Macht auch echt nicht so viele Punkte momentan. 8,8 nur. Er ist halt jetzt so an diesem Punkt, wo er sagen will, ey, ich will der Star des Teams werden. Und ich sag euch ehrlich, ich hab ja von Anfang an gesagt, ich will realistisch spielen. Und wenn Bamba unbedingt weg will, ich werde ihn jetzt nicht in dieser Season traden. Aber in der Off-Season muss man sich dann entscheiden, ob man sagt, okay, man gibt Bamba jetzt eine noch größere Rolle. Dass er halt wirklich so der, zumindest neben Mitchell der Star ist. Oder neben Booker, je nachdem. Oder dass man ihn abgibt. Ich hab bisher immer gesagt, ich geb Mohamed Bamba nicht ab. Aber wenn er halt weg will, dann will ich es auch realistisch gestalten. Ich weiß selber, ich müsste es gar nicht machen bei MyLeague. Da wird er jetzt nicht rumstreiken. So, ich könnte ihn jetzt auch einfach stumpf behalten. Aber wenn er weg will, dann will ich es realistisch gestalten. Und dann muss man halt schauen, ob man dann wirklich sagt, jo, behält man ihn doch nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was sagt ihr? Bamba eine noch größere Rolle, zumindest in der nächsten Saison dann geben? Oder Bamba traden? Bisher war ich eigentlich immer klar dafür, Bamba zu behalten. Weil er ist für mich so der Player. Der hat einfach alles mitgemacht, wisst ihr. Von Anfang an war er mein Franchise-Player. Von Anfang an hat er eben gut mitgemacht. Und hat dann auch die großen Erfolge feiern können. Und wurde am Ende ja sogar Finals-MVP. Also das ist eine absolute Orlando-Magic-Legende. Vielleicht sogar dank dem Titel die größte Orlando-Magic-Legende. Easily verletzt, okay. Nur kurzzeitig nichts Schlimmes. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was wir da machen. Ob wir vielleicht auch irgendwie einen Trade wie ein, zwei andere Spieler sonst auch finden. Muss man mal gucken. Rotation behalte ich mal so bei. Ist ja jetzt nichts Schlimmes. Äh, nee. Ähm, ja. Wir gehen auf jeden Fall jetzt hier rein. Team Trey oder Team Luca? Ich mach mal Team Luca. Und wir gucken mal, wem Trey Young. Also wir fangen jetzt mal an. Ähm. Ja, ich würd mal. Wisst ihr was? Ich nehm sogar Johnny Nett als allererstes. LeBron James, okay. Dann auf den Flügeln. Ja, gut. Dann nehm ich jetzt erstmal Zion. Er hat Nikola Jokic genommen. Dann nehm ich jetzt noch Äh, Aiton. Er hat Karl-Anthony Towns gewählt. Und dann nehm ich Jefferson. Der passt besser als John Morant. Okay. Er wird jetzt wahrscheinlich Giannis nehmen, ja. Dann werde ich Davis. Oder wem nehm ich? Ja, komm. A.D., ne? Ja, ne? Eigentlich auch krass, dass LeBron wieder Starter ist, ne? Ähm. Wir nehmen mal Levine. Er will James haben, okay. Dann nehm ich noch Bam Adebayo und weiteren Big Man. Er hat Bradley Beal genommen. Dann nehm ich Mitchell, unseren Mann. Ben Simmons ist Booker eigentlich dabei. Kein Devin Booker. Uh. Bitter. Booker kein All-Star. Schröder aber mit dabei, unter anderem. Ähm. Ich nehm jetzt mal Kobe White. Porter. Okay. Dann nehm ich Jaron Jackson Jr. Ähm. Nehmen wir doch mal Dennis Schröder. Clint Capere. Und wir kriegen auch Danny Weston, seinen Ex-Spieler. Aber krass, dass tatsächlich kein, ähm, Devin Booker mit dabei ist. Das ist ein bisschen überraschend, tatsächlich. Devin Booker, kein All-Star. Das ist schon enttäuschend. Lafonso Easley ist back. Sehr schön. Dann brauche ich gar nichts ändern. Jetzt hier gegen die Hornets. Sieht nach einer Niederlage aus. Oder auch nicht. Doch, am Ende war es eine Niederlage. Cady Nill, Mitchell, Hub. Okay. Ähm. Was ist, wenn ich zum Beispiel, ähm, zum Beispiel so einen Trade irgendwie. Cady Nill und Booker. Ich würde Jaron Jackson Jr. und Ball Ball kriegen. Und das war es auch, ne. Wenn ich nur Booker habe, dann mit Kyrie und West. Ne. Auch nicht. Morland und Hero. Karl-Anthony Towns und Siakim. Für Booker finde ich einfach kein Trade. Also ich glaube, das wird auch nichts mehr in dieser Season. Dass man wirklich sagt, yo, Devin Booker, wir finden nochmal eine Franchise für dich. Ich müsste gleich mal gucken, was es für Bamba theoretisch geben könnte. Wobei man natürlich auch in der Off-Season noch gucken könnte, ob man Booker gegen den Pick tradet, ne. Könnte man natürlich auch schauen. Ist echt krass, dass der sich nicht so wohl fühlt, ne. Das ärgert mich ein bisschen. Jetzt zweimal gegen die Brooklyn Nets hier. Ähm. Sollte man eigentlich schaffen. Die Nets sind ja jetzt nicht mehr das stärkste Team, wenn ich sie jetzt recht in Erinnerung habe. War auch... Oh, Donovan Mitchell verletzt. Ja, Mann, ey. Rückenzerrung. Donovan Mitchell also verletzt. Das heißt auch keine... Ähm. Ja, kein All-Star-Game für ihn. Du rammt immer noch mit dabei. Mit einer 82 inzwischen, okay. Aber haben wir besiegt. Rotation machen wir jetzt natürlich manuell. Ja, muss halt raus. Also, Mitchell jetzt raus. Dafür kommt jetzt Pascal Hupp tatsächlich in die Starting Five. Da will ich den jetzt sehen. Der kann da spielen. So, er geht jetzt erstmal komplett raus. So, ähm. Hupp kriegt jetzt mal richtig Minuten. Bukka kriegt auch nochmal ein paar mehr. Easley, Matzen. Und dann würde ich sagen, kriegt Edwards halt nochmal ein paar Minuten, ne. Beziehungsweise... So, 12 Minuten für Edwards. Der kriegt da jetzt auch seine Chance. Pascal Hupp jetzt eben als Starter. Für ihn natürlich jetzt auch eine große, große Chance hier zu zeigen, yo, was er drauf hat. Decker und McLaughlin für Caddine. Und, äh. Edwards lehne ich ab. Jetzt hat Pascal Hupp tatsächlich die große Chance zu zeigen, yo, das und das kann ich. Und wir gewinnen wieder deutlich. Wir gucken mal, was Hupp gezeigt hat. 15 Punkte und 9 Assists. 3 Steals stark. Was macht er bisher so? 11,9 Punkte, okay. 3,1 Assists. 0,7 Steals. Also, das ist eine große Chance jetzt für Pascal Hupp. Hatte bisher knapp 23 Minuten. Jetzt hat er halt über 30. Gucken wir mal, wie er die nächsten Spiele so performt. Porter und Bambrick gegen Caddine. Nein. Hupp als zukünftiger Point Guard könnte ich mir durchaus auch vorstellen, wenn man Mitchell dann vielleicht wieder auf Shooting hat, stellen sollte irgendwann mal. Und hier sehen wir Devin Booker liefert ab. Bamba liefert, okay. Hupp mit 18 Punkten. Stark. 5 von 14. Die Wurfkunden sind ausbaufähig. Aber nun gut. Es ist die große Chance des Pascal Hupp. Vielleicht nenne ich die Folge ja sogar so. Denn es ist ja auch einfach so, dass er jetzt hier eine riesige Chance hat. Jetzt spielen wir gegen Dennis Schröder und die Indiana Pacers. Ich gucke mir gleich mal die Statline von Schröder an. Denn der ist ja All-Star sogar geworden. Easley stark. Hupp nutzt seine Chance. Also 23 Punkte, 6 Assists. Also die letzten Spiele schon besser gewesen. Und Schröder verletzt sich jetzt auch. Ist das bitter. Nacken zerfällt eventuell jetzt für die All-Stars aus. 24,5 Punkte, 7,3 Assists. Also Dennis Schröder richtig stark. Seitdem er bei Indiana ist, ist er richtig durchgedreht. Also hier sieht man ja, OKC war ja richtig stark. Dann war er jetzt drei Jahre bei den Spurs, wo es ordentlich aussieht. Stat-mäßig. Aber bei den Pacers ist er wirklich am Durchdrehen. 26, 2 und 7,5. Letzte Season. Jetzt 24, 5 und 7,3 bei richtig krassen Quoten. Also Dennis Schröder hat sich echt nochmal im Herbst seiner Karriere zum Star entwickelt. Jetzt leider verletzt. Das ist natürlich sehr bitter. Ein bisschen simulieren die Trade-Deadline. Ja gut, Mitchell könnte ich jetzt eh nicht mehr anbieten. Ich denke, wir machen nichts mehr Trade-technisch. Und ich würde auch sagen, wir gehen hier direkt zum All-Star-Game. Denn die anderen Sachen will ich heute dieses Mal nicht machen. Aber auf jeden Fall werden wir dann mit Team Luka spielen. Nicht mit Team Trey. Team Luka besteht aus Johnny Nett, Luka Doncic, die Andre Aiton, Zion Williams und Fredrick Jefferson. Gegen Jamu Ren, Trae Young, LeBron, James, Nikola Jokic und Karl Antony Towns. Das wird auf jeden Fall so das Duell sein in der nächsten Folge. Wir gehen nochmal ganz, ganz schnell hier einfach mal in die Award-Kandidaten. Dann gehen wir schnell rein. Man sieht ja unterm, dass Luka Doncic der Top-Favorit auf den, ja, 100% auf den Most-Rable-Player ist. Und selbst DeWante Graham ist mit dabei. Das ist ein bisschen crazy. Aber es wird höchstwahrscheinlich Luka Doncic. Er ist ja auch schon, wenn wir auch kurz gucken, zweimal MVP geworden. Und könnte es tatsächlich das dritte Mal werden. Also Luka Mania in der NBA. Bei Rookie of the Year wird momentan Huntley ist so der Favorit hier. Wobei Rodic richtig stark ist. 21 Punkte, also das ist schon heftig. Easily Unhub auch mit dabei. Sixth Man of the Year. Matteo Toscano sieht sehr, sehr hot aus. Aber auch Brewer, okay. Kevin Gorn, Caddinell auch mit dabei. Steffens Player of the Year, Davis. Williams ist jetzt verletzt, okay. Most-Improved-Player wird eventuell Toscano. Gucken wir uns kurz an. Boah, ja. Der muss es werden. Also wie er sich nochmal gesteigert hat, ist der Wahnsinn der Italiener. Also im Suffer-Moyer richtig stark. Muss man einfach mal zugeben. Und ja, das war auf jeden Fall zu den ganzen Award-Kandidaten, die wir uns kurz angeguckt haben. In der nächsten Folge gibt es auf jeden Fall dieses Duell. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Euer Veloz schmelzt sich ab. Und bye, bye.